Fiechsten Umweg hier anbinden, supi. So, wir können es auch so machen, ja zack. So, jetzt haben wir erstmal keine Kohle mehr. Jetzt haben wir wieder einen Engpass. Und da habe ich gerade noch diese Ene-Münzpegel freigegeben. Das war glaube ich keine gute Idee. Ja, dann mache ich die mal wieder dicht hier. Tja, da oben ist eine fertig, aber es kommt halt nichts okay nach rein. Was ist denn hier hinten eigentlich noch? Ich weiß nicht, ob ich da schon recht hingeschickt habe, aber mache ich es einfach mal. Es ist immer so schön, mehr als verlieren kann ich eh nicht an der Stelle. Die Musik, die passt jetzt so richtig gut. So dieses, so ein bisschen leicht Dramatische. Wie geht es weiter? Da gibt es nur Granit. Jetzt geht es mit dem Eisen auch abwärts. Kohle gefunden dort hinten. Jetzt komm da mal hin, wenn du keine Soldaten hast. Aber ich muss doch wieder hier das zurücksetzen. Dass vielleicht wieder welche frei werden, die dann dort reingehen. Und auch, nee, wollten wir jetzt noch was im Bau gehabt. Hier. Hier. Das hinten, das scheint viel Kohle zu sein. Das scheint viel Kohle zu sein hier hinten. Da hat mir erstmal Granit. Brauche ich das ab? Ja, komm. Am Ende ist es das, was fehlt. Muss ja auch nicht sein. So, hier hinten nochmal. Das ist Kohle. Wird wahrscheinlich jetzt mit der Festung nicht reichen. Aber kommt jetzt gleich einer, geht rein. Oh doch, das reicht. Wenn auch knapp. Aber ich komme dorthin. Das Bergwerk müsste ja hier alles in dem Umkreis wahrscheinlich abfischen. Und wir haben hier ein neues Gebiet, wo wir was erkunden können. Vielleicht. Findet sich ja noch ein bisschen was auf diese Musik dazu. Drama pur. Es müsste eigentlich so diese Krombacher Musik reinkommen, ja. Diese fröhliche Musik mit dem Blick auf den Staudamm. Ja. Wird er noch Ressourcen finden. Das sehen Sie gleich mit Krombacher. Und dann halt diese Melodie da immer total als Kontrast. Da komme ich aber nicht hin. Da ist Cola, aber da komme ich nicht hin. Ja, eigentlich schon, aber wie gesagt, ich habe die Soldaten nicht, um dorthin zu gehen. Zumindest Eisen. Jetzt brauche ich irgendwie eine Mischung aus Eisen noch. Einfach, dass die Soldatenproduktion weitergeht. Obwohl sind jetzt Soldaten frei geworden. So, jetzt erstmal wieder nichts. Wobei das, glaube ich, erstmal wichtiger wäre, dass das dort unten fertig wird. Dass wir unten auf die Insel springen und gucken, ob da vielleicht irgendwie was ist. Was wir gebrauchen können. Also ist natürlich das Problem mit den Goldmünzen. Dass die da jetzt wieder irgendwie nicht wissen, wo sie hin sollen. So, der ist auch fertig. Gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Goldbergwerk verbraucht. Kann ich hier was hinbauen, um hier noch ein Stück hinter zu stoßen. Ah, ist wahrscheinlich sinnlos, aber... Vielleicht tun sich da ja noch mal Vorräte auf. Ich mache jetzt erstmal bei allen hier, glaube ich, einen Beförderungsstopp, würde ich sagen. Angriffe müssen wir jetzt eh nicht fürchten im Moment. Ja, die Soldaten, die scheinen ja auch so ein bisschen gelangweilt, jetzt rumzurennen. Die wissen nicht so richtig, wo sie hin sollen. Ist so mein Eindruck gerade. Zack, da noch sperren. Da noch sperren. Ja, wir wollen mal eine Festung jetzt, wo da eigentlich noch mal hier rumkommen. Da hat es eine Dekoller. So, das ist gleich fertig. Da hoffe ich wirklich, dass da jetzt ein Soldat zur Verfügung steht, der dort reingeht. So, da kommen die jetzt alle hin. Das müsste aber eigentlich reichen jetzt. Wie gesagt, da muss hier noch ein Soldat reingehen. Dann wäre das, glaube ich, in Ordnung. Das ist halt die spannende Frage. Geht da einer gleich rein in nächster Zeit? Oder nicht? Da oben kam einer, der ist aber hier reingegangen. Und geht wieder raus. Sind auch leicht gestört hier die Soldaten. Die wissen nicht, was sie sollen. Guck mal, die haben noch Eisen. Na gut, Eisenhammer ist eigentlich noch da. Das müsste noch für ein paar Soldaten reichen. Für fünf Stück ziemlich genau. Gold. Ja, Gold. Fünf Soldaten können sie noch machen. Oh, da kommen welche. Geht einer von denen vielleicht in das hier unten rein? Ich hoffe es. Oh, oh, oh. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Nee, warum geht denn der dort oben lang? Oh, du sollst hier unten rein. Da unten werden Soldaten gebaut. Da kommt jetzt noch einer an. Vielleicht ist es der. Nee, der geht auch hier hoch. Irgendwo rein. Oh, Leute. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Okay. Da ist einer reingegangen. Geht doch. Gucken wir jetzt hier nochmal, ob es hier irgendwie noch was gibt vielleicht. Moment, der dort oben. So, das war der, 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 äh, die ganz Gut, Festung besetzt. Kann ich auf beiden was bauen? Nee. Dann nehme ich im Zweifel wahrscheinlich eher dort. Das ist auch wieder blöd. Muss ich jetzt dort bauen? Ich würde wahrscheinlich hier eher am Rand nehmen, in der Berg. Tut sich vielleicht hier am Rand irgendwie was auf. Sonst bin ich mal gespannt, ob es hier irgendwas gibt. Ein bisschen irgendwas müsst ihr doch hier finden. Aber ich glaube, die Enttäuschung die ist ziemlich groß an der Stelle. Denn hier gibt es anscheinend nix. Da hinten ein Stück Kohle. Yippie, 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 yippie. Das ist doch echt. Das ist doch echt. Ich weiß noch gar nicht, was man sagen soll. So, hoffentlich geht da jetzt einer rein. Ich glaube, hier kann ich auch mal hier, einfach hier rüber bauen. Da sind ein paar Soldaten drin, also die müssten dann ja eigentlich in freie Dinger reingehen. Guck mal, was der Festplattenspeicher sagt mir, dass der jetzt wieder hier... Oh, ist noch 469 Gigabyte noch frei. Ah, da kommt einer. Sehr gut. Ist das jetzt schon da, wo die Kohle war? Kommt der da dran? Wahrscheinlich muss der erst wieder einen Holzfäller hier... ...Welzfäller hier noch ein bisschen freischaufeln. Kann ich mir eigentlich auch mal eine Fischerhütte hinbauen. Da wir hier auch wieder was zu tun haben. Jetzt mal zu abwechseln, wenn man ein bisschen Fisch gibt im Bergwerk. So, bitte mal alles, was Dings ist, ins Hauptquartier. Hier unten war, glaube ich, noch irgendwo ein Lager gewesen. Hier. Das Essen kann ja ruhig drin bleiben. Aber wie gesagt, alles, was aus der Erde gefördert wurde, bitte mal... Und ins Hauptquartier umlagern.